Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 102, erschienen am 11. Oktober 2024. In dieser Episode geht es um Strahlung im All. Unsere Erde schützt uns vor dieser Strahlung, aber wenn wir die Erde verlassen, zum Beispiel mit der Raumfahrt, dann müssen wir uns mit diesem Problem auseinandersetzen. Ich sprach mit Dr. Thomas Berger vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt über Strahlung im All, über Untersuchungen in den Raumstationen und über das Mare-Experiment, das Flug mit Artemis 1 zum Mond und zurück. Danach gibt es wie immer im Anschluss einen Teil in eigener Sache und da habe ich dieses Mal spannende Neuigkeiten. Durch die Sendung führt euch Lars Naber. Das All ist eine lebensfeindliche Umgebung. Es hat große Temperaturunterschiede und ein extremes Vakuum. Eine weitere Gefahr ist die Strahlung. Die gibt es je nach Position im All in unterschiedlicher Art und Stärke. Wenn wir Menschen ins All reisen, setzen wir uns zusätzlichen Gefahren aus. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt forscht mit einer Reihe von Projekten zur Strahlenbelastung im All. Dafür wurden unter anderem an Bord von Artemis 1 viele Messungen vorgenommen. Wie die Probleme mit Strahlungen aussehen und an welchen Projekten das DLR forscht, darum geht es im folgenden Interview. Es ist der 19. Juni 2024 und ich bin zu Gast beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Bei mir ist ein Gesprächspartner. Würdest du dich mal eben vorstellen, bitte? Schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Thomas Berger. Ich bin Physiker. Arbeite im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt am Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin in Köln. Ein bisschen Werdegang. Ich komme aus Österreich. Ich habe technische Physik studiert. Schon in meiner Doktorarbeit. Mich mit Strahlungsmessungen beschäftigt. Damals noch auf der Raumstation MIR, die es jetzt nicht mehr gibt. Und bin seit 2003 jetzt hier am Institut. Am Institut. Du leitest die Arbeitsgruppe Biophysik und bist wissenschaftlicher Leiter des Mare-Projekts. Wenn man die Sachen jetzt mal anschaut. Arbeitsgruppe Biophysik in der Abteilung Strahlenbiologie. Was macht ihr hier? Also das Institut hat ja mehrere Abteilungen. Die Abteilung Strahlenbiologie beschäftigt sich im Prinzip mit allen Fragestellungen vom biologischen Standpunkt, aber auch vom physikalischen Standpunkt aus. Wie wechselwirkt Strahlung, sprechen wir von ionisierender Strahlung mit Materie, mit dem Gewebe? Welche Schäden kann sie erzeugen? Das machen die Biologen oder die Mediziner. Und wir hier in der Biophysik, die Physiker, also nicht nur Physiker, sind auch Elektroniker und Konstrukteure etc. Wir beschäftigen uns mit der Entwicklung und dem Bau von Strahlungsmessgeräten mit variablem Einsatz, also von Ballonflügen über der Antarktis bis zur internationalen Raumstation, bis zum Mond und darüber hinaus. Bis zum Mond? Also das wird das Mare-Projekt sein, über das wir nachher sprechen? Ach ja, da gab es noch Astrobatik. Genau, stimmt, ja. Die Arbeitsgruppe Biophysik macht also genau das, was du gerade gesagt hast? Oder ist das Teil der großen Abteilung? Was gibt es hier sonst? Also wir haben das Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin beschäftigt sich mit allen Fragestellungen zur Gesunderhaltung des Menschen im Weltraum, aber auch quasi mit Spin-Offs dann für die Erde, für die Erdanwendungen. Also wir sitzen ja hier knapp gegenüber von uns ist das EnviHub-Gebäude, das zu unserem Institut gehört, wo wir unter anderem Langzeit-Bettruhe-Studien durchführen für die NASA, wo es darum geht, NASA und auch für die ESA, wo es darum geht, die Auswirkungen der Schwerlosigkeit auf den menschlichen Körper zu untersuchen, beziehungsweise Gegenmaßnahmen gegen diese Auswirkungen der Schwerlosigkeit, die ja, wie wir wissen, Langzeitaufenthalt im Weltraum führt zu Knochen- und Muskelabbau. Astronauten müssen Sport betreiben. Das kann man auf der Erde simulieren mit Bettruhe-Studien, indem man die Probanden 7 Grad Kopfschieflage ins Bett legt für 30 oder 60 Tage. Nicht sehr angenehm, aber das tut man nicht alles für die Wissenschaft, würde ich sagen. Und dann mit, wir haben jetzt die Fuge drüben, simulierte Schwerkraft etc. Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Das ist ein Teil, den wir hier am Institut machen. Wir haben ja auch Kollegen, die sich mit Psychologie beschäftigen. Die sitzen in Hamburg, wo es teilweise auch um Unterstützung bei der Astronautenauswahl der ESA geht. Psychologische Untersuchungen, wenn man sagt, Langzeitmissionen im Weltraum, Schwerlosigkeit und die Auswirkungen der Microgravity, wie sie eigentlich heißt, sie ist ja ein bisschen schwerkraft da, sind ein großes Thema. Aber natürlich auch die Psychologie ist ein großes Thema. Wie wähle ich Astronauten aus? Wie setze ich meine Crew zusammen? Ich meine, Isolation im Weltraum ist auf der internationalen Raumstation natürlich noch nicht das große Problem. Die ist ziemlich groß. Und die Astronauten sehen die Erde auch immer. Also das ist was, wenn was passiert, man ist ziemlich schnell da. Aber wenn man mal zum Mond fliegt, ist man schon mal drei Tage unterwegs. Falls man sich wirklich mal auf den Flug zum Mars begibt, hin und zurück, da ist es so, da muss die Crew schon sehr gut ausgewählt werden. Und wenn da zum Beispiel ein medizinischer Notfall passiert, kann man halt nicht so schnell zur Erde zurück. So Isolationsstudien gibt es auch mit unserer Unterstützung, die auch auf der Erde durchgeführt werden. Also das macht nicht nur das DLR, aber das ist halt natürlich ein ganz wichtiger Thema. Russischen Kollegen hatten diese Mars-500-Studie, wo sie einen Marsflug simuliert haben. Die ganzen Überwindungsstudien in der Antarktis, da geht es auch sehr viel um Psychologie und Gruppeninteraktion. Und natürlich ein großes Thema oder das dritte große Thema für die Raumfahrt sind die möglichen Effekte der Strahlung auf dem menschlichen Körper. Und die Auswirkungen, Kurzzeiteffekte und Langzeiteffekte, die Strahlung auf dem menschlichen Körper haben könnte. Hier im Podcast war schon mal in Episode 69 die Rede vom Projekt Mare. Das war vor dem Flug, da sprach ich mit Herrn Eckerlein auf dem IHC in Paris. Jetzt ist der Flug gewesen, da kommen wir nachher hin. Aber ich glaube, es wäre ganz gut, kurz so ein bisschen über Grundlagen zu sprechen. Wir sprechen über Strahlenbelastung und Strahlung. Da gibt es unterschiedliche Arten. Um welche Strahlungsarten geht es da und wie wirken die sich aus? Also ich sage das immer, ich beginne immer ein bisschen mit der Geschichte, weil Geschichte ist immer interessant. Und man sollte auch manchmal alte Publikationen lesen, das ist ganz spannend. Also Beginn des 20. Jahrhunderts, sehr weit in die Geschichte, aber wir kommen dann schon hin. Da gibt es immer die großen Namen, Auri Becquerel, Madame Curie, die sich mit natürlicher Radioaktivität beschäftigt haben. Also haben wir herausgefunden, dass es verschiedene Elemente gibt, die radioaktiv sind, die zerfallen. Und dann kennen wir den Alpha-Zerfall, Beta-Zerfall etc. Die dann Alpha-Teilchen, das sind geladene Heliumkerne, aussenden oder Elektronen oder auch elektromagnetische Strahlung. Das wusste man alles. Also man wusste noch nicht so wirklich, dass diese Strahlung möglicherweise auch gefährlich für den Menschen sein kann. Das hat sich erst dann nach und nach ergeben. Madame Curie ist ja auch an Krebs gestorben. Man führt das auch auf ihren Umgang mit den radioaktiven Elementen zurück. Gleichzeitig wurde aber natürlich auch künstliche Strahlung unter Anführungszeichen entwickelt oder entdeckt. Conard Willem Röntgen, die Röntgenstrahlung kennt jeder. Jeder ist schon mal geröntgt worden. Da sieht man einerseits die negativen Auswirkungen von ionisierender Strahlung, siehe Madame Curie, aber auch gleichzeitig natürlich die positiven, weil man mit Röntgenstrahlung in den menschlichen Körper reinsehen konnte. Zum Beginn, als man begonnen hat mit Röntgenstrahlung zu arbeiten und auch Menschen zu röntgen, war man natürlich auch sich noch nicht so im Klaren, dass es möglicherweise auch gefährlich sein könnte. Hat sich dann in den nächsten Jahrzehnten ergeben, aber ich erzähle mal diese Geschichte, dass in den Schuhgeschäften diese Röntgengeräte aufgebaut wurden, um zu sehen, ob den Kindern die Schuhe passen. Würde man heute natürlich nicht mehr machen. So, das war das Beginn des 20. Jahrhunderts. Dann hat ein österreichischer Physiker, sage ich es immer gern, weil ich auch österreicher bin, Ballonflüge durchgeführt, 1912, der Viktor Franz Hess, und hat festgestellt, dass er je höher er rauffliegt in der Atmosphäre, desto mehr Strahlung misst er. Und das war eigentlich gegen den Common Sense damals, weil man hat sich gedacht, okay, wenn die Radaktivität nur in der Erde ist, je weiter ich mich davon entferne, desto weniger müsste ich messen. Und er hat diese Strahlung, die er da entdeckt hat, Höhenstrahlung genannt. Damals war Deutsch noch die Sprache der Wissenschaft, kann man auch sagen. Er hat dann auch 1936 den Nobelpreis dafür bekommen. Und heute wissen wir, was er eigentlich gemessen hat, ist die kosmische Strahlung, die auf die Erdatmosphäre eingetroffen ist. Jetzt hören wir auf mit der Geschichte und jetzt sagen wir, okay, was trifft da alles auf die Erdatmosphäre ein? Die grundlegende, oder ich sage immer, der grundlegende Strahlungshintergrund ist die sogenannte galaktisch-kosmische Strahlung. Klingt auch schon mal ganz gut, Galactic Cosmic Rays oder Galactic Cosmic Radiation. Das sind im Prinzip sehr hochenergetische, ionisierte, also positiv geladene Atomkerne. Von Wasserstoff bis alle stabilen Elemente, die wir kennen. Man geht davon aus, dass die aus der Explosion von Supernova kommen und dann beschleunigt werden und zumindest in den Kosmos geschleudert werden. Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber so ist es halt. Die haben sehr hohe Energien. Also wir sprechen da von Energien bis zum Terra-Elektron-Volt pro Nukleumbereich. Das heißt, auch eine sehr hohe Durchdringungskraft. Durchdringungskraft heißt, unser Körper, die fliegen da einfach durch, wechselwirkt mit unserem Körper und können natürlich unsere DNA schädigen, hauptsächlich Doppelstrangbrüche erzeugen. Und diese galaktisch-kosmische Strahlung ist genau das, was der Victor Francis gemessen hat, beziehungsweise die dringt auf unsere Atmosphäre ein und wechselwirkt mit der Atmosphäre. Wie ich schon gesagt habe, alle stabilen Elemente für uns wichtig oder für den Strahlenschutz wichtig, ist eigentlich alles von Wasserstoff bis zu Eisenionen. Weil nach den Eisenionen fällt der Anteil der schwereren Teilchen dramatisch ab. Die sind zwar da, aber die sind eigentlich für den Strahlenschutz nicht relevant. Das heißt, wir fokussieren uns unter Anführungszeichen auf alles von Protonen bis Eisenionen. Und diese galaktische kosmische Strahlung ist immer da, das ist sowas wie ein Hintergrund. Das heißt, sobald sie im freien Weltraum fliegen, ist die auch, egal wo sie hinschauen, die dringt auf uns ein. Interessant ist, dass die sich zeitlich variiert und zwar mit dem Sonnenzyklus. Für die, die sich mit der Sonne auskennen, die wissen, die Sonne hat diese Sonnenflecken, die kann man immer zählen und messen und je mehr Sonnenflecken da sind, desto aktiver ist die Sonne. Schon der Galileo Galilei hat das mit seinem Fernrohr gemessen. Im 19. Jahrhundert war der Herr Schwabe in Deutschland, der hat es über Jahrzehnte verfolgt und hat dann gesagt, die Sonne hat sowas wie eine elfjährige Periodizität. Also alle elf Jahre ist so ein Sonnenzyklus vorbei. Derzeit befinden wir uns wieder in einer sehr aktiven Phase der Sonne. Kollegen oder Hörer werden möglicherweise im Mai diese schönen Nordlichter gesehen haben, die Aurora Borealis. Eine eindeutige Auswirkung einer aktiven Sonne, Wechselwirkung mit der Atmosphäre und Kohlenstoff und der Stickstoff erblühen dann in schönen Farben. Das ist positiv, aber es kann auch dazu führen, dass die Sonne Teilchen aussendet. Nichtsdestotrotz, wenn die Sonne sehr aktiv ist, ist auch das interplanetare Magnetfeld sehr aktiv. Das heißt, diese galaktisch-kosmischen Teilchen, die auf uns eindringen, aus dem Kosmos, werden durch das interplanetare Magnetfeld abgeschwächt. Also wenn wir jetzt eine sehr aktive Sonne haben, also Zeit eines aktiven Sonnenzyklus, kommen weniger von diesen galaktisch-kosmischen Teilchen auf die Raumstation oder auf den Mond. Wenn die Sonne wieder sehr milde ist, also im solaren Minimum, dann ist es genau umgekehrt. Wie ist da der Zusammenhang? Also ist einfach der Druck von der Sonne quasi so groß, dass es den Rest einfach wegdrückt? Geladene Teilchen folgen ja, also im Prinzip haben wir ein Magnetfeld, ein interplanetare Magnetfeld, das auch von der Sonne auskommt. Geladene Teilchen folgen eigentlich immer den Magnetfeldlinien oder werden vom Magnetfeld entweder eingefangen oder abgeschwächt. Und um quasi in dieses Magnetfeld einzudringen, brauchen die eine gewisse Energie. Und das heißt, je stärker das Magnetfeld ist, dann werden die niederenergetischen eher abgeschwächt. Wenn das Magnetfeld dann wieder sozusagen sich entspannt, dann kommen auch diese niederenergetischen Teilchen. Also es geht um das Magnetfeld der Sonne. Genau, richtig. Um das Sonne und man sagt halt dann, das ist das interplanetare Magnetfeld. Und das Problem mit der kosmischen Strahlung, mit den Teilchen, sind nicht die Teilchen an sich, sondern dass die eben so stark beschleunigt sind und hohe Energien haben? Die Teilchen an sich sind natürlich das Problem. Also wir kennen ja auf der Erde, wenn wir auf der Erde von ionisierender Strahlung reden, ist es meistens Röntgenstrahlung. Röntgenstrahlung, elektromagnetische Strahlung. Was wir im Weltraum halt haben, sind Teilchenstrahlen. Also Teilchen quasi, wir haben quasi geladene Teilchen, ein Helium, geladener Heliumkern, Kohlenstoff. Also wirklich Teilchen bis zu Eisen. Und Eisen ist natürlich schon eine ziemlich schwere Geschichte im Vergleich zu Wasserstoff zum Beispiel. Und diese geladenen Teilchen haben halt die Eigenschaft, wenn wir uns auf der Erde biologisch gesehen jetzt, Röntgenstrahlung würde eher Einzelstrangbrüche in der DNA erzeugen. Geladene Teilchen oder schwere Ionen erzeugen eher Doppelstrangbrüche in der DNA. Doppelstrangbrüche sind schon mal per se schwerer zu reparieren als Einzelstrangbrüche. Das heißt, die biologische Wirksamkeit dieser geladenen Teilchen ist höher als die biologische Wirksamkeit von Röntgenstrahlung auf der Erde. Das macht sie auch gefährlicher. Galaktisch-kosmische Strahlung ist jetzt sowas wie ein Strahlungshintergrund. Ich sage immer Hintergrund, nicht zu verwechseln mit der kosmischen Hintergrundstrahlung, aber es ist immer schön zu sagen, der ist immer da, er variiert mit dem Sonnenzyklus. Menschen oder Astronauten oder auch Elektronik, die sich länger im Weltraum aufhalten, summiert halt diese Strahlendosis über die Aufenthaltszeit. Und für uns, die wir uns mit Strahlenschutz und Strahlungsmessung beschäftigen, kann eine erhöhte Exposition der galaktisch-kosmischen Strahlung zu einem erhöhten Krebsrisiko beitragen. Langzeiteffekt. Also Krebsrisiko ist immer ein Langzeiteffekt. Die zweite Strahlenquelle, und die ist nicht spannender, aber interessanter, ist die Sonne. Also ich habe ja schon vorher gesagt, die Sonne hat diesen elfjährigen Sonnenzyklus. Wenn die Sonne sehr aktiv ist, wie sie gerade jetzt ist, größter geomagnetischer Sturm im Mai dieses Jahres, gibt es auch die Wahrscheinlichkeit, dass sogenannte solare Teilchenneigense auftreten. Das sind dann Explosionen auf der Oberfläche der Sonne, die geladene Teilchen, hier hauptsächlich Protonen, mit nicht so hohen Energien wie die galaktisch-kosmische Strahlung, also bis ein paar hundert MeV aussenden. Und die würden eine sehr hohe Strahlendosis in einer sehr kurzen Zeit applizieren. Und das nennt man dann die Strahlenkrankheit. Also das heißt quasi, zwei Effekte von Strahlung, ein Langzeiteffekt, eine mögliche Erhöhung des Krebsrisikos, Kurzzeiteffekt, sehr hohe Strahlungsdosis in einer sehr kurzen Zeit, Strahlenkrankheit. Äquivalent hätten wir auf der Erde zum Beispiel, Sie gehen im Sommer baden, liegen in der Sonne, ab einer gewissen UV-Dosis haben Sie einen Sonnenbrand. Bei der Strahlenkrankheit ist es so ähnlich. Also ab einer gewissen Dosis Schwelle, sehen Sie die ersten Auswirkungen der Strahlenkrankheit. Man kann das leider natürlich, sagen wir das bei den Opfern von Hiroshima und Nagasaki, bei den Atombomben abwürfen, aber vor allem auch dann später bei den Aufräumarbeitern in Tschernobyl, also die ja quasi dann den Müll sozusagen wieder reinkippen mussten, in den explodierten... Die Liquidatoren. Die Liquidatoren, genau. Die durften immer nur für ein paar Minuten rauf. Und da waren natürlich die Auswirkungen so hoch, dass viele von denen auch gestorben sind, durch diese sehr hohe Dose in einer sehr kurzen Zeit. Und diese solaren Teilchenereignisse haben auch eine Korrelation. Also wenn die Sonne sehr aktiv ist, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintretens höher. Wenn die Sonne nicht so aktiv ist, dann ist es eher geringer. Spricht man da von dem CME? Das ist associated, ja. Und was bei diesen solaren Teilchenereignissen auch auftreten kann, also man hat sehr wenig Vorwarnzeit. Man hat natürlich immer, es gibt die Ghost-Satelliten, die immer auf die Sonne schauen, es gibt von E-Satelliten, die immer auf die Sonne schauen, die natürlich dann teilweise zum Beispiel die Röntgenstrahlen messen, die von der Sonne kommt. Und meistens sind solche solaren Teilchenereignisse auch mit einer erhöhten Röntgenstrahlenexposition oder Röntgenstrahlenanstieg verbunden. Die Röntgenstrahlen sind elektromagnetische Strahlen, ist elektromagnetische Strahlung, die braucht genau acht Minuten von der Sonne, bis sie die Erde erreicht. Die geladenen Teilchen sind natürlich geladene Teilchen. Das heißt, wir haben ja vorher schon gesagt, wir haben ein Magnetfeld. Das heißt, die geladenen Teilchen folgen den Magnetfeldlinien. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Sonne schaue und ich sehe, dass mein X-Ray-Monitor quasi anschlägt und nach oben geht, dann habe ich schon mal eine Indikation, okay, also da ist was passiert auf der Sonne. Wir könnten jetzt in der nächsten halben Stunde, Stunde, je nachdem wie hoch die Energien sind, möglicherweise auch geladene Teilchen erwarten. Das heißt, es gibt eine gewisse Vorwarnzeit für diese solaren Teilchenereignisse. Wissenschaftler arbeiten stark daran, wirklich, dass man versuchen will, diese solaren Teilchenereignisse halt über Stunden und möglicherweise auch über Tage vorherzusagen. Weil natürlich je mehr Information sie haben, desto besser können sie möglicherweise all das schützen, was sie schützen wollen vor solchen solaren Teilchenereignissen. Und das heißt jetzt quasi im Weltraum den Astronauten, die Elektronik, etc., etc. Das wäre die zweite Quelle sozusagen, die wir an Strahlung haben. Und dann gibt es noch eine dritte Quelle. Quelle ist immer so eine komplexe Geschichte. Wir haben ja, die Erde hat ja Gott sei Dank ein Magnetfeld. Sind wir alle froh, weil auch dieses Magnetfeld hilft uns dagegen, oder hilft uns, die galaktisch-kosmische Strahlung ein bisschen abzuschirmen. Die geladenen Teilchen folgen den Magnetfeldlinien. Das heißt, wir messen immer mehr Strahlung am Nordpol beziehungsweise am Südpol, geomagnetischer Nordpol, geomagnetischer Südpol und weniger am geomagnetischen Äquator. Leider, oder Gott, ist es aber auch so, dass geladene Teilchen in diesem Magnetfeld gefangen werden können. Und es gibt, die Erde hat dann sozusagen zwei Strahlungsgürtel. Im Englischen sagt man Trapped Radiation Belt, was eigentlich was besser ist, weil Trapped ja der Einfang ist. Eigentlich sagt man auch Van Allen Belt, weil der Van Allen der Physiker war, der sie entdeckt hat im Jahr 1958. Der hat es, glaube ich, für die NASA untersucht. Also, sagen wir mal so, die Geschichte ist ein bisschen anders. In den USA gab es den Sputnik-Schock und dann musste die NASA halt irgendwas raufschicken, was nicht nur Biebs macht, sondern auch was misst. Und dann haben sie den Explorer 1 gelauncht. Der hatte eine Ionisationskammer an Bord und der hatte dann plötzlich sehr hohe Zählraten, wo man sie nicht erwartet hat. Und das waren die Strahlungsgürtel. Es gibt zwei davon. Es gibt einen inneren Strahlungsgürtel. Der setzt sich hauptsächlich aus hochenergetischen Protonen zusammen. Der ist, sagen wir mal so, gefährlich unter Anführungszeichen, weil die Raumstation durch diesen inneren Strahlungsgürtel durchfliegt, über dem Südatlantik. Warum, können wir nochmal klären, wenn wir wollen. Mir fällt irgendein Begriff ein mit Anomalie. Südatlantische Anomalie, genau. Erkläre ich dann gleich nochmal. Und dann gibt es den äußeren Strahlungsgürtel, der hauptsächlich von niederenergetischen Elektronen bevölkert wird. Was heißt niederenergetische Elektronen? Elektronen so im Energiebereich bis ungefähr 10 Megaelektronenvolt. Damit kann jetzt niemand was anfangen. Wenn wir sagen würden, okay, welche Reichweite hat jetzt so ein 10 Megaelektronenvolt Elektron in Wasser? Sagen wir, wir haben jetzt Wasser. Ungefähr 5 Zentimeter. Also die würden 5 Zentimeter in Wasser durchdringen, dann würden sie stoppen. Das heißt, wenn sie ein Raumschiff haben, das durch die äußeren Strahlungsgürtel fliegt und schon mal ein bisschen mehr als 5 Zentimeter Abschiebung hat, dann würden sie wahrscheinlich von diesen äußeren Strahlungsgürteln für die Dosimmetrie oder für den Strahlenschutz sehr wenig messen. Im Gegensatz dazu, der innere Strahlungsgürtel ist dominiert von Protonen, höherenergetischen Protonen bis zu ein paar hundert Megaelektronenvolt. Da bräucht man dann schon ein bisschen mehr Wasser als Abschirmung, so 50, 60, 70 Zentimeter, um die vollkommen abschirmen zu können. Nur für den Zusammenhang, ich lag ja gerade einmal falsch bei den, also die Teilchen selber sind das Problem und nicht die Energie, die sie tragen. Beides. Aber die Energie bestimmt die Eindringtiefe. Genau, richtig. Das heißt, ein höher geladenes Teilchen kann in eine größere Eindringtiefe Schaden anrichten. Genau, richtig. Also die Energie, wir sagen immer Megaelektronenvolt oder Gigaelektronenvolt pro Nukleon, also 1,26 Nukleonen, je höher die Energie ist, das heißt, desto schneller fliegt das Teilchen und desto höher wäre die Eindringtiefe. Und natürlich dann auch, je höher das Z, also die Kernladungszahl ist, desto mehr Wechselwirkungen macht dieses Teilchen auch mit einer gewissen Abschirmung. Also erzeugt dann auch Sekundärteilchen, die Neutronen sein können, Pionen, Myonen, Elektronen, Positronen, X-rays. Also im Prinzip sagt man immer, man hat ein primäres Strahlungsfeld, dann bringt man irgendein Raumschiff oder ein Satelliten in dieses primäre Strahlenfeld und dann sagt man, okay, jetzt will ich aber wissen, wie viel Strahlung innerhalb dieses Raumschiffes ist und dann muss dieses primäre Strahlungsfeld Wechselwirken mit dem ganzen Raumschiff, mit dem Material in das Raumschiff. Teilweise wird ein Eisenion aufgebrochen, entsteht ein Kohlenstoffion, ein Stickstoffion, Neutronen entstehen und dann hat man sozusagen ein sekundäres Strahlenfeld, das dann im Raumschiff ist. Und dann, abhängig von der Abschirmung, ändert sich das Feld. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Methoden, das zu messen. Du hattest schon angedeutet, man hat eine Ionisationskammer am Bord von Explorer 1 gehabt. Ich weiß, dass zum Beispiel mit Apollo 8 erstmals Menschen durch diesen fernallen Strahlungsgürtel geflogen sind. Da habe ich gelesen, dass sie sowohl aktive als auch passive Messgeräte dabei hatten, also Dosimeter. Was gibt es da? Also bei Aktiv, da konnte man eben direkt Daten messen, auf der Erde sehen, was geht da vor sich und die Dosimeter, die musste man später auslesen. Okay, gehen wir nochmal einmal zurück in die Geschichte, weil ich glaube, es ist ganz interessant, die NASA hat begonnen, also mit dem Apollo Mercury, mit den ersten Versuchen der Menschen in den Weltraum zu schießen. Die NASA hat im Jahr 1962 begonnen, Strahlungsmessgeräte mit Astronauten mitzufliegen im Weltraum. Damals aber nicht, weil sie Angst oder weil sie wissen wollten, wie hoch die Dosis in den Strahlungsgürtel ist oder wie viel Dosis die durch galaktisch-kosmische Strahlung abbekommen, sondern der Grund war die Starfish Prime Atombomben-Explosion. Also im Jahr 1962 haben die Amerikaner eine 1,5 Megatonnen Atombombe in der Atmosphäre gezündet. Atombomben neigen dazu auch Radioaktivität zu erzeugen und haben dadurch einen zusätzlichen künstlichen Strahlungsgürtel erzeugt, der hauptsächlich von Elektronen und so bevölkert war. Und daraufhin gab es eine Untersuchungskommission, die vorgeschlagen hat, okay, wenn jetzt die Mercury-Mission fliegen wird, man sollte diesen Astronauten doch mit Dosimetern ausstatten, um zu sehen, ob dieser künstliche Strahlungsgürtel noch zusätzlich Dosis erzeugt. Hat er Gott sei Dank nicht. Und der Astronaut wurde mit zwei unterschiedlichen Arten von Strahlungsdetektoren ausgestattet. Einmal passive Detektoren, was die passiven genau machen, da kommen dann, und einmal aktive Detektoren. Aktive Detektoren, wie du schon gesagt hast, war eine kleine Organisationskammer, die, der Vorteil von aktiven Detektoren, ich subsimiere immer die so, aktiv ist immer irgendwas, was dir irgendwas sofort anzeigen kann. Also egal, wie der Detektor jetzt aufgebaut ist, was der für Strahlungssensoren eingebaut hat, aktiv heißt immer, du hast irgendwas, was mit Batterie oder über Strom betrieben wird, was möglicherweise ein Display hat und was dir Strahlungsdosen möglicherweise in Real Time also sofort anzeigen kann. Das ist aktiv. Nachteil bei Aktiven ist immer, wenn man sowas baut, okay, hat man Batterien, kriegt man irgendwo auf der Raumstation einen Stromanschluss, kriegt man irgendwo auf der Raumstation einen Anschluss, um die Daten runterzuladen, wie viel Datenrate habe ich, wie ist die Zeitauflösung, etc. Also das muss man alles bedenken, aber der Vorteil ist halt, ich habe eine Real-Time-Anzeige der Strahlung. Passive Detektoren, hier diese kleinen Kristalle, die ich hier habe zum Beispiel, ein Teil, also ein passiver Detektor-Beispiel sind Thermolumineszenz-Kristalle, die bestehen aus Lithiumfluid, ganz kleine Kristalle, dreimal, dreimal ein Millimeter, die machen nichts anders, als die Strahlungsdosis im Kristallgitter zu speichern. Die kann ich überall anbringen, weil die sind so klein, die stören nicht, die haben keine Masse, die sind nicht gefährlich, die kann ich auch schlucken, das macht überhaupt nichts. Der Nachteil von einem passiven ist, sie geben dir die kumulative, also die Gesamtdosis über die Zeit an, in der sie gemessen haben. Das heißt, ich schicke die jetzt zur Raumstation zum Beispiel, bekomme sie ein halbes Jahr später zurück, werte sie dann aus und kann dir sagen, die Gesamtdosis über das halbe Jahr, sagen wir jetzt vom Januar 2024 bis September 2024, war so und so viel. Dann kann ich sagen, die Tagesdosis war so und so viel, aber ich kann dir nicht sagen, am 5. Juni 2024 am 18.27 Uhr haben wir so und so viel Strahlungsdosisrate gemessen. Aber natürlich, dadurch, dass sie so klein sind, finden sie immer noch Anwendungen in allen möglichen Bereichen. Die Anwendungen sind natürlich nicht nur auf den Weltraum bezogen, diese Dosimeter werden auch im Strahlenschutz auf der Erde angewandt, Krebstherapie etc., Personendosimetrie, Kernkraftwerken, Forschungsreaktoren, also das ist so was wie der, ich würde sagen, der VW Käfer, der Strahlungsmessung, alt, aber reliable. Läuft und läuft. Läuft und läuft, genau. Ja, ich sehe hier so ein kleines, kleines Döschen, so ein Kunststoffdöschen mit so halt kleinen Plättchen und du sagst schon dreimal, dreimal einen Millimeter. Wenn man da jetzt mit arbeiten will, also ich stelle mir vor, dass diese, diese Plättchen irgendwo aus einer Fabrik fallen sozusagen und in dem Moment fangen sie eigentlich an, Strahlung zu sammeln und jetzt irgendwann wird man damit sagen, wir schicken die mal ins All, um damit irgendwo was zu messen oder in einem Krankenhaus oder irgendwo anders. Da fallen mir jetzt so mehrere Sachen ein. Das eine ist, gibt es einen Sättigungspunkt, wo man sagen kann, mehr geht nicht und zum anderen, wie viel Zeit hat man oder kann man irgendwo mal sagen, so wir drücken jetzt einmal im Prinzip das Zählwerk auf null, damit wir es jetzt auf eine Mission schicken können und mögliche Lagerzeiten vorher und Transportzeiten vorher wegzumachen. Ja, also im Prinzip ja, man kann die Zeit auf null schalten. Es ist ziemlich einfach. Ich habe ja gesagt, diese Kristalle speichern die deponierte Energie im Kristallgitter. Also das Halbleiter dotiert, wenn du das genau wissen willst, das ist Lithiumferit dotiert mit Magnesium und Titan. Funktionsweise ist es so, ionisierende Strahlung trifft auf diesen Kristall, hebt Elektronen aus dem Valenzband das Leitungsband, diese Elektronen fallen in metastabile Zustände, stabil, ja, die bleiben dort sitzen, über die Zeit der Exposition. Nach der Exposition bringe ich den Kristall ins Labor, erhitze den, da sitzt dann ein Photomultiplayer über dem Kristall und der Kristall gibt sozusagen die Elektronen fallen wieder zurück, senden Licht aus. Dieses Licht kann ich messen und dieses Licht ist proportional zu der gesamten absorbierten Dosis über die Zeit der Exposition. Das ist ein relatives Verfahren, das heißt, ich muss diesen Kristall dann nachher, wir machen das, wir schicken das immer zum Materialprüfungsamt in Dortmund, da wird dieser Kristall mit einer Dosis, die ich kenne, kalibriert und wenn ich quasi eine Kalibrierdosis habe, dann wird der Kristall nochmal gemessen, kann ich auf die Dosis Rückschlüsse machen, die ich wirklich im Weltraum gemessen habe. Nullsetzen funktioniert dann so, ich lege den Kristall in einen Ofen, Ausheizofen, dann wird der Kristall bei 400 Grad für eine Stunde plus 100 Grad für zwei Stunden sozusagen ausgeheizt oder ennilt, gelöscht und dann ist er wieder auf Null gesetzt. Dann beginnt er natürlich wieder zu messen. Das heißt, wenn du sagst, du schickst die Sachen auf die Raumstation oder woanders hin, die NASA sagt so schön, man schickt dann immer Witness-Dosimeter mit, also Dosimeter, die Zeugen sind, also wenn ich den Kristall zum Beispiel nach Amerika schicke mit dem Flugzeug, haben wir auch schon erhöhte Strahlenexposition im Flugzeug. Das heißt, es fliegt immer sozusagen ein Messpaket mit, das die Flüge mitmacht und dann auf der Erde bleibt, damit ich wirklich sagen kann, alles, was zusätzlich an Strahlung auf den Kristall eingetroffen ist, kann man dann nachher nach der Gesamtexposition abziehen. Ich nehme aber mal an, wenn ihr jetzt, also wir kommen gleich noch auf die Phantome zu sprechen, ich nehme das mal vorweg, wenn ihr die jetzt irgendwie aber verschifft von hier an die NASA und die Dosimeter sind, ich weiß nicht, ob sie dann schon drin sind oder habt ihr es in den USA bestückt, sind schon drin, Dass ihr aber auch eine möglichst strahlen abhaltende Verpackung im Prinzip habt oder geht das nicht so gut? Also wenn du wirklich so Space-Hardware mit so passiven Detektoren verschickst, gibt es mehr Requirements, die man sozusagen vorgibt für die Sendung, sei es jetzt in die USA oder in andere Regionen. Das erste Requirement ist Do-Not-X-Ray. Also das heißt, wenn sie am Flughafen sind, soll das nicht geröntgt werden. Das ist jetzt keine gute Idee. Bei den aktiven Detektoren ist es ganz spannend, wenn man mal durch so ein röntgten Gerät durchschickt, einfach mal zu sehen, ob es funktioniert und ob wir das messen. Bei den passiven kann aber dann garantiert werden, dass quasi alles, was nach Amerika geflogen ist und auch wieder zurückgekommen ist, nie ein X-Ray gesehen hat. Und die zusätzliche Dosis ist immer, je länger du im Weltraum bist, desto geringer ist diese zusätzliche Dosis, die du möglicherweise durch Flüge hast. Das heißt, wenn du ein halbes Jahr im Weltraum bist, ist die zusätzliche Dosis durch einen Flug nach Amerika und wieder zurück vernachlässigbar. Fällt nicht mehr ins Gewicht. Fällt nicht mehr ins Gewicht. Wenn du kürzere Missionen hast, kann das sehr wohl anders sein. Aber dafür würde man dann eben von diesem Kontrolldosimeter, das mitgeflogen ist, diesen Wert im Prinzip abziehen. Genau, das macht man dann. Ich sehe diese kleinen Plättchen und ich weiß, dass ihr davon sehr, sehr, sehr viele in den Missionen habt. Also zum Beispiel bei Mare, ich teaser das die ganze Zeit an, wir kommen da noch hin. Aber wenn ihr die jetzt wieder rausholt, das geht ja in die Tausende, wenn ich das richtig habe. Wie wertet ihr die aus? Die müssen ja einzeln, weil es definierte Positionen gibt, einzeln ausgewertet werden. Wie lange dauert so etwas, so ein Durchgang? Also A mal Logistik ist alles. B, gute Planung ist alles. C, Kollegen, die das gut planen. Ich rede ja nur für die ganzen Kollegen hier. Ist alles. Das heißt, egal wie viele Chips du hast, wir sagen Chips dafür. Also ob es jetzt quasi für den Einsatz auf der Raumstation, wo wir immer ein paar hundert fliegen, oder für den Einsatz im Mare, wo die Zahl doch um einiges höher war. Jeder Chip hat quasi eine genaue Zuordnung. Also der hat zwar keine Nummer, also man sieht die schon alle gleich aus, aber jeder Chip, wir wissen bei jedem Chip genau, wo der wie untergebracht war. Und das heißt, man muss halt dann von der Logistik her gut sein, dass man A, alles gut einbaut, B, alles gut ausbaut und schaut, dass alle Zuordnungen sozusagen perfekt funktionieren. Fotomultiplier, den Begriff nochmal eben, das ist im Prinzip ein Lichtverstärker. Genau. Da kommt ein kleines bisschen Licht aus diesem Chip heraus. Genau. Und der Fotomultiplier verstärkt es so weit, dass man einen messbaren... Genau. Also im Prinzip funktioniert das so, also ich habe ja schon gesagt, diese Elektronen, die da in höheren Energielevels sitzen, die sitzen da schön und dann wird dieser Chip von 100 auf 400 Grad erhitzt. Und je nachdem, wie stabil diese Elektronen sitzen, fallen die bei bestimmten Temperaturen sozusagen wieder hinunter. Und wenn ich jetzt quasi so einen Chip von 100 auf 400 Grad erhitze, im Englischen sagt man, was man rausbekommt, ist eine Glühkurve, oder eine Glühkurve. Also in Abhängigkeit der Temperatur kommt dann sozusagen unterschiedliche Intensitäten von Licht raus. Und dann gibt es einen Hauptpeak und dieser Hauptpeak, der liegt so bei 230 Grad, da ist die größte Lichtausbeute. dieser Peak, diese Höhe dieses Peaks, das ist das, was uns interessiert quasi. Photomultiplierer ist nichts anderes als ein Elektronenvervielfacher. Du hast dann ein Lichtquantum, das eintrifft und dann gibt es eine Elektronenkaskade und die dann sozusagen einen Strom erzeugt hinten. Aber damit man eine messbare Größe hat. Damit man eine messbare Größe hat. Okay. Und wie lange dauert das jetzt, so einen Chip auszulesen? Naja, wir können immer 50 auf einmal reinlegen. Das liegt so auf einer runden Platte und ein Chip dauert so zwei, drei Minuten quasi. Aber das geht dann doch relativ schnell gegenüber dem Ausweiten. Ja, aber wenn du ein paar Tausend von denen hast, kann es doch dauern. Es ist dann eben auch dort so, dass wenn man irgendwie vorne anfängt und hat hinten noch welche und dazwischen die gesamte Zeitraum der Bearbeitung, dass die einen länger liegen als die anderen, ist ähnlich wie bei dem Flug. Es fällt nicht ins Gewicht. Es fällt nicht ins Gewicht, aber für alle Chargen, die wir dann gemessen haben, wenn dann eine Charge innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen gemessen wird oder sagen wir innerhalb von einem Monat, gibt es immer Referenzdosimeter, die dann mitlaufen sozusagen. Also so wie bei diesen Kontrolldosimetern. Genau, richtig, ja. Könnt ihr dies auslesen hier machen? Ja, wir haben das unten, wir haben zwei solche Auswärtige Geräte bei uns im Labor stehen. Also diese Dosimeter, die fliegen mit ins All und unser Gesprächsanlass ist das Projekt Mare. Da gab es so, ja, ich würde es mal Vorläuferprojekte nennen, nämlich Matroschka 1 und 2. Die waren nicht am Mond, die waren an der ISS, einmal außen, einmal innen, sofern ich es richtig gesehen habe. Was habt ihr da gemacht? Also wir machen ja, also ich bin seit 2003 hier im DLR und wir, das DLR oder das Institut und die Abteilung hat ja schon seit die Raumstation im Prinzip die internationale Raumstation begonnen hat, Strahlungsmessgeräte, Experimente auf der Raumstation gemacht. Wir führen jetzt auch jetzt schon seit 2009 ein Experiment durch, das ist das Dosis 3D, wo wir im europäischen Columbus-Labor die Strahlungsdosis oder die Verteilung der Strahlungsdosis mit aktiven und passiven Detektoren messen. Das ist aber, also Columbus, was wir in Columbus machen, ist sozusagen, man kann so sagen, Umgebungsdosimetrie. Also quasi, man muss sich vorstellen, das Columbus-Labor ist so groß wie ein kleiner Bus, also wenn schon mal wer am ERC war oder mal da reingegangen ist, ist jetzt nicht so klein, aber trotzdem, je nachdem, wo du in Columbus bist, kann sich die Strahlung ändern, weil in Columbus stehen halt Research Racks, Forschungs Racks, da ist mal weniger Abschirmung, mal mehr Abschirmung. Also im Columbus-Labor können wir schon Unterschiede zu 30, 40 Prozent finden, was die Strahlungsdosis anbelangt. Aber das ist quasi, das war ein Experiment oder ist ein Experiment, das wir durchführen, um mal zu sehen, okay, wie ändert sich das in Columbus über den Sonnenzyklus, über die Flughöhe der Raumstation etc. Was wir mit Matroschka gemacht haben, war was anderes. Und da muss ich jetzt ein bisschen in die Biologie, Epidemiologie etc. zurückgehen. Wenn wir Umgebungsdosimetrie machen, heißt das, wir messen die Strahlung an einem bestimmten Punkt. Ist okay. Wenn ich aber sagen will, okay, was heißt das jetzt für den Menschen oder für den Astronauten? Strahlenrisiko setzt sich eigentlich aus den strahleninduzierten Risiken, Krebsrisiken für die einzelnen Organe des menschlichen Körpers zusammen. Also deine Haut ist viel weniger strahlenempfindlich als deine Blutbildenorgane oder Fortpflanzungsorgane. Und das heißt, für die Bestimmung der Strahlendosis über den gesamten Körper, der Terminus technicus wäre die effektive Dosis oder effective dose equivalent, muss man eigentlich die Strahlungsdosis in jedem einzelnen Organ messen. So, jetzt kann ich kaum einen Astronaut anbohren und sagen, ich würde gerne ein paar Dosimeter in deine Lunge legen, um zu sehen, wie groß die Strahlung in deiner Lunge ist oder in deinen Nieren oder in deinen Fortpflanzungsorganen. Was man machen kann, ist, man kann gewebeäquivalente Phantome verwenden. Gewebeäquivalente Phantome ist auch wieder so ein Terminus technicus, aber es heißt quasi, ich habe ein Phantom, es ist ja wirklich ein Phantom, eine dem Menschen nachempfundene Messpuppe, die aus simulierten Knochen, simuliertem Gewebe besteht, wobei hier das Gewebe und die Knochen die Wechselwirkungsprozesse widerspiegelt, die Strahlung mit dem normalen menschlichen Gewebe hat. Und wenn ich jetzt diese gewebeäquivalenten Phantome kommen eigentlich aus der Krebstherapie, also aus der Bestrahlungsplanung bei Krebstherapie, wenn man Krebs hat, man lässt sich bestrahlen, wird vorher natürlich eine Bestrahlungsplanung gemacht, um diese ganzen Bestrahlungsplanungen zu verifizieren, wird natürlich nicht ein Mensch genommen, sondern wird ein Phantom genommen, in dieses Phantom werden Strahlungsdetektoren eingepflegt und dann wird das einmal getestet. Also man kann sagen, das ist ein Spin-in oder Spin-off von der Krebstherapie, wir haben diese Phantome genommen, haben die mit Detektoren ausgestattet, passiven und aktiven, und haben gesagt, okay, wir wollen aber mal wissen, wie sind die Dosiswerte in einem simulierten Astronauten auf der Raumstation. Das war das Matroschka-Experiment. Das hatte mehrere Phasen, also im Gesamten waren es vier Phasen von 2004 bis 2011 und das erste war, wir haben dieses Phantom genommen und haben es an die Außenseite der Raumstation montiert. Das war Matroschka-1. Es ist sozusagen ein Astronaut, der eine EVA macht, eine extra vehikulare Aktivität, aber nicht für acht Stunden, sondern für über ein Jahr. Warum haben wir das gemacht? Astronauten außerhalb der Raumstation haben natürlich nur mehr ihren Weltraumanzug als Schutz gegen die kosmische Strahlung. Das heißt, es ist viel weniger Abschirmung im Vergleich zu innerhalb der Raumstation. Das heißt, wir wollten einmal schauen, wie ist die Strahlendosis für Langzeitaufenthalte außerhalb und dann haben wir das ganze Phantom genommen und haben es nach innen gesetzt. Das waren dann die Expositionen, die innerhalb waren. Und wenn du das machst, und wenn du sagst, du hast so ein Phantom, wo du unterschiedliche Messpunkte in diesem Phantom hast, ich glaube, bei Matroschka hatten wir ungefähr 1600 und haben an jedem dieser Messpunkte, die waren in so einem dreidimensionalen Raster verteilt, alle 2,5 Zentimeter oder drei, war ein so ein Messpunkt in XYZ Richtung. Und wenn du jetzt an jedem diesen Messpunkt diese kleinen Kristalle reinsetzt, kannst du am Ende sowas wie eine Verteilung der Strahlungsdosis im Körper machen. Die ist natürlich diskret, weil es diskrete Messpunkte sind, aber was man dann machen kann, ist, man hat hier einen Körper, das heißt, man hat auch einen CT-Scan von dem Körper, man kann hier visuell oder wie sagt man da, man kann Organe reinlegen in diesen Körper, man weiß, wo die Organe sich aufhalten, man hat an diesen Organen Messpunkte und dann macht man aus dieser diskreten Verteilung eine dreidimensionale Verteilung, eine kontinuierliche, legt die Organe rein und kann dann die Organdosen ausrechnen. Und das war das, was wir auf der Raumstation gemacht haben. Einmal quasi außerhalb der Raumstation, zweimal im russischen Teil und einmal im japanischen Teil der Raumstation. Dafür haben wir das Phantom, das Matroschka Phantom einmal raufgeschossen, also das Phantom wurde raufgeschossen und die ganzen passiven Detektoren wurden dann auf der Raumstation ausgebaut von den Astronauten runtergebracht und ein neues Set wurde raufgeschickt, weil es ist Hardware auf die Raumstation zu schicken, vor allem wenn es so groß ist, das kostet, also man schickt einmal sozusagen das Phantom rauf und das Einzige, was man dann macht, unter Anführungszeichen, ist, dass die Astronauten das Phantom öffnen, sind Scheiben geschnitten, die Scheiben kann man auseinandernehmen und dann die TLD, die Detektoren sind in so Röhrchen untergebracht, die Röhrchen werden dann rausgenommen und dann neue Röhrchen eingesetzt. Ist das das, was ich da hinten sehe, du hast ein paar Sachen mitgebracht? das ist so ein, also das ist jetzt eine Weiterentwicklung von dem Phantom, das ist das, was bei Mare zum Einsatz kam. Ich sehe also hier dieses Raster, ich sehe eine Scheibe, darin sind lauter, ja ich nenne es mal einfach Bohrungen, Öffnungen, und dort denke ich wird man dann eben in einem kleinen Träger die Plättchen einsetzen. Also im Prinzip, was wir hier sehen, was der Hörer jetzt nicht sehen kann, ist eine Scheibe aus dem Kopf und wir sehen eins, zwei, drei, vier unterschiedliche Farben, die den Gewebetypen entsprechend simuliert werden. Das Phantom ist aus Epoxyharz mit unterschiedlichen Zusätzen, also du siehst hier das Gehirngewebe, du siehst hier einen Knochen, du siehst normales Gewebe, Haut, Muskulatur, und hier sieht man noch die Nasennebenhöhlen und wenn man es umdreht, sieht man das auch noch mal ein bisschen, hier die Nasennebenhöhlen unterschiedlicher Dichte und das setzt sich durch das ganze Phantom fort, das heißt, wenn wir jetzt hier die Lunge, also die Scheibe mit der Lunge hätten, würden wir eine andere Farbe sehen, weil die Lunge hat nur ein Drittel der Dichte vom umgebenden Gewebe und dann bringst du sozusagen hier in einem bestimmten Raster Bohrungen ein und in diese Bohrungen, in jede Bohrung werden dann vier von diesen kleinen TLD-Chips versenkt und dann gibt es einen Stopfen, der das zumacht und das war's. Vier in jede Bohrung? Vier in jede Bohrung, 1440 Bohrungen pro Phantom. Oh, okay, da hat man was vor sich. Das heißt also, was ich hier sehe mit den unterschiedlichen Farben, ich habe das so verstanden, das hat auch wirklich eine unterschiedliche Beschaffenheit, nicht nur andere Farbe. Genau, richtig. Also das hat quasi sozusagen die Beschaffenheit oder die Zusammensetzung so gut wie möglich von dem jeweiligen Gewebetyp, den ich hier simuliere. Also sei es jetzt Gehirngewebe oder Knochengewebe oder die Nasennebenhüllen. Du siehst auch die Nasennebenhüllen, man könnte ja sogar mit dem Fingernagel rein, die sind ganz, ganz weich. Ich bin ganz... Aber man merkt, dass das ganz, ganz weich ist im Vergleich zum anderen Gewebe. Ich habe jetzt ganz, ganz sachte gedrückt, ich merke den Unterschied. Wow, und das ist jetzt eine Scheibe? Das ist eine Scheibe von insgesamt 38. Gut, da kommt ordentlich was zusammen. Da kommt ordentlich was zusammen. Ja, und das war dann erst draußen dann mit getauschten Dosimetern innerhalb der EIS. Genau, also als wir im Matroschka-Experiment war noch der Vorläufer von diesem Phantom, der ist jetzt aus Epoxyharz, der Vorläufer, den wir bei Matroschka verwendet haben, war noch mit wirklichen Knochen, also mit wirklichen menschlichen Knochen. Man hat früher diese Phantome sozusagen aus wirklichen Knochen und dann das Gewebe rundherum aufgebaut sozusagen. Dann hat man natürlich wirkliche Knochen und die Wechselwirkung im wirklichen Knochen. Davon ist man weggegangen, weil wenn ich sage, okay, zum Beispiel, ich will jetzt zwei vollkommen baugleiche Phantome, dann kriegst du natürlich die Knochenstrukturen nicht vollkommen baugleich hin. Wir haben jetzt für Mare haben wir zwei baugleiche, die wirklich, wenn man sich die CT-Scans anschaut, absolut identisch sind. Bis auf den Millimeter so ungefähr. Absolut identisch, wo die Knochen sind, wo die Lungen sind, etc. Ich bin gerade mal neugierig, wie kommt es dazu, dass das DLR diese Experimente durchgeführt hat? Habt ihr gesagt, ihr wollt diese Experimente auf der ISS machen oder war das eine Art Auftrag? Wie kam es dazu? Also es ist immer ein Unterschied. Wie macht man Experimente auf der Raumstation zum Beispiel? Bei der Raumstation ist es so, die Europäische Weltraumagentur hat alle paar Jahre ein Announcement of Opportunities nennen die das, also ein AO. Da sagt die ESA zum Beispiel, ich kann das jetzt für unser Dosis 3D-Projekt, das wir jetzt seit 2009 begonnen haben, sagt die ESA, okay, wir hätten gern Vorschläge, also wissenschaftliche Vorschläge, da ist jetzt das Kolumbus-Labor, was wollen die Wissenschaftler da machen oder was können sie machen oder was schlagt ihr vor, was ihr machen wollt. Bei Kolumbus war es dann so, wir haben ein Proposal eingereicht und haben gesagt, okay, wir schlagen vor, wir haben das europäische Kolumbus-Labor, wir würden da jetzt gerne mit aktivem und mit passiven Detektoren die Strahlungsumgebung in Kolumbus messen. Das heißt, der Wissenschaftler, das DLR, wir mit den Kollegen, internationalen Partnern, Universitäten, anderen Welthormagenturen, schreiben ein Research-Proposal, reichen das ein, die werden begutachtet, die werden von einem wissenschaftlichen Gremium begutachtet und je nachdem, wie gut die Begutachtung ausfällt, sagt die ESA dann, ja, das Proposal wurde akzeptiert und wenn das Proposal akzeptiert ist, heißt das für den Wissenschaftler, okay, wir müssen jetzt die Hardware bauen, die müssen wir bereitstellen, wenn es aber auch akzeptiert ist, heißt das auch, dass die ESA dann den Transport zur Raumstation organisiert und auch die Crew-Zeit zur Verfügung stellt, um zu arbeiten mit dem Experiment. Weil nur, weil, es ist nicht so einfach, A, sie müssen das Experiment bauen, also egal was es ist, ob es jetzt die Matroschka ist, ob es jetzt so einfache, passive Detektoren, bei Matroschka war es auch ein Experiment Proposal. Wir bauen mal die Hardware, dann wird es in irgendeiner Weise zur Raumstation geschickt, sei es jetzt mit Soyuz, Progress, Crew Dragon, Orbital, was halt mal gerade vorhanden ist und dann muss die Crew dieses Experiment natürlich auch holen und muss es einbauen oder muss damit arbeiten, das heißt, wir brauchen auch die Crew-Zeit dafür und Crew-Zeit ist immer scarce, also man muss immer schauen, dass man, aber wenn das Experiment ausgewählt ist, wird das auch zugesichert. Das heißt aber auch, wenn irgendwas schief geht oder wenn Troubleshooting notwendig ist, hat man auch bei der ESA den jeweiligen Point of Contact, das ist der sogenannte PIM, der Project Integration Manager, der dann sozusagen managt, wie kriegt man eine Crew-Zeit, wie kann man das machen und dann haben wir natürlich auch die User-Support-Center, hier im DLR ist es das MUSC, 200 Meter von uns entfernt, das dann zum Beispiel auch dafür da zuständig ist, die ganzen Prozeduren zu schreiben, weil nur weil sie ein Experiment draufschicken, der Astronaut muss ja auch wissen, was er damit macht, das heißt, es müssen auch Prozeduren geschrieben werden, wie, woher, wo ist es, also wo ist es einmal, also wenn ich sage, okay, das ist jetzt im Crew-Dragon in der Box so und so, dann muss der Astronaut das mal holen und dann muss er wissen, okay, was mache ich damit, also wo wird es untergebracht, wo wird es eingebaut, machen die Kollegen hier, am MUSC, schreiben die ganzen Prozeduren dazu, wenn dann Troubleshooting ist, sind wir drüben am MUSC, dann hat man Schaltung zur Raumstation, möglicherweise auch Video Call, sieht das Experiment, also all das wird dann gewährleistet, wenn das Experiment ausgeführt, also wenn das Experiment ausgewählt ist und dann geht es natürlich darum, wenn das ausgewählt wurde, wenn Wissenschaft sozusagen generiert wurde, dass man das auch publiziert natürlich, weil wir sind ein Forschungsinstitut, wir müssen auch Daten, wir wollen mit den Daten ja auch arbeiten, wir wollen natürlich wissenschaftlich publizieren und dann je nachdem, wie lange so ein Experiment läuft, gibt es Reviewboards, die dann alle zwei, drei Jahre sozusagen den Output oder das, was sie rausbekommen evaluieren und dann sagen, okay, es macht Sinn, dass das weiterläuft oder das reicht jetzt. Das war jetzt eine lange Antwort, aber so im Prinzip funktioniert das. Du hast jetzt hier so kleine orangene Taschen auch mitgebracht, hast schon gesagt, das sind so aktuelle Messinstrumente, passive Messinstrumente, Dosimeter, die am Kolumbus angebracht sind. Ich meine, dass man die immer wieder sieht, wenn man mal darauf achtet, auf Fotos aus dem Kolumbus-Modul, dass sie im Hintergrund irgendwo an der Wand pappen, wo man so kleine genähte, orangene Taschen findet mit einem Etikett, das sind die. Was ist da jetzt drin? Ist da im Prinzip auch so ein Lithium-Florid-Plättchen drin? Also erstens, die Farbe Orange ist ganz witzig, es gab früher mal so eine Vorschrift, also Orange, das ist deswegen ein Orange, Oranges-Paket, weil das ist Oranges-Nomex-Material, feuerfestes Material, einfach Safety, Sicherheitsgründen und früher war es immer so, alles was im Orangen-Nomex eingenäht war, kommt wieder zurück, alles was im Blauen-Nomex eingenäht ist, bleibt oben. Kommt im Prinzip zum Beispiel früher in den ATV und konnte mit verglühen. Genau, oder so. Außerdem ist Orange hat eine schöne Farbe, man kann es immer schön sehen. hier ist im Prinzip sind auch diese passiven TLDs eingebaut, das ist eine internationale Kooperation, also ich habe hier die Projektleitung am DLR, aber da sind Detektoren drinnen aus Japan, aus Österreich, aus Belgien, aus Ungarn, aus Polen und den USA, die wir hier gemeinsam verbauen. Weil solche Experimente werden natürlich immer in internationaler Kooperation durchgeführt, das heißt, wir haben zwar die Projektleitung, aber wir haben Universitäten aus allen europäischen Ländern, die sozusagen hier Detektoren beisteuern. Das heißt, in einem Päckchen haben also unterschiedliche Nationen ihre Detektoren drin, wenn das runterkommt, wird das aufgeteilt, jeder wertet die für sich aus. Und am Ende schicken die uns alle die Daten und dann hoffen wir, dass alles übereinstimmt. Ich hoffe mal, dass das in den meisten Fällen der Fall ist. Ja, also natürlich, das fällt ja nicht vom Himmel. Es ist natürlich so, dass wenn du nur ein Labor hast, das quasi die Daten auswertet, dann hast du nur Daten von einem Labor, sagen wir jetzt vom DLR, und dann machen wir das nach besten wissenschaftlichen Standards und dann sagen wir, das sind unsere Daten. Wenn du natürlich Daten von zwei Laboren hast oder von drei oder von vier oder fünf oder sechs oder sieben, machen die das natürlich auch alle nach wissenschaftlichen Standards. Und wir machen das Experiment ja schon seit 2009 und am Anfang hat man natürlich Fragen, okay, warum sind die Messwerte anders? Dann macht man Vergleichsbestrahlungen, Vergleichskalibrierungen, man geht zu Beschleuniger etc. Je mehr man dann natürlich zusammenarbeitet, desto mehr Fragen kann man lösen und derzeit schaut das alles ganz gut aus. Und das ist eines von diesen passiven Detektoren und es ist noch ein anderer drinnen, den haben wir noch erwähnt, das sind Kernspurfolien. Das ist was ganz was anderes, aber das ist eine ganz witzige Geschichte. Kernspurfolien ist einfach, ist nichts anderes als ein Plastikmaterial. Polyalyldyclokyl Karbonat, braucht man sich nicht merken, ist furchtbar auszusprechen, aber wenn geladene Teilchen, schwere Ionen durch dieses Plastikmaterial durchzischen, dann brechen sie diese Kohlenstoffketten auf und erzeugen sowas wie so kleine Damage Trails. Man kann dieses Material dann anätzen mit Natonlauge oder Kali-Lauge und kann es unter das Mikroskop legen und kann somit die Spuren von den geladenen Teilchen nachverfolgen. Und das ist eine ziemlich schöne Sache, weil ich hier noch zusätzlich Informationen über das Strahlenfeld bekomme. Und die messen hauptsächlich die schweren Ionen. Also das ist quasi Prinzip, jede Sonnenbrille, die aus Kunststoff ist, könnte man auch annetzen und sehen, ob man da diese Spuren misst. Und die, das sind noch zusätzliche passive Detektoren, die wir hier zum Einsatz bringen, stehen auch unten bei uns im Labor drei große Mikroskope, die dann diese ganzen Flächen abscannen. Das klingt als wäre es automatisch? Automatisch ist im Weltraum nichts. Ne, ich meine jetzt dieses Abscannen der Mikrofon. Das Abscannen ist im Prinzip automatisch. Diese Kernspurfolien werden auf der Erde im Strahlenschutz angewandt, um zum Beispiel Neutronendosis an Kernreaktoren zu messen. Auf der Erde kann man das ziemlich einfach automatisch scannen, weil ich weiß, ich habe nur Neutronen und dann zähle ich einfach, wie viele von meinen Spuren sehe ich und ich weiß, das können nur Neutronen sein. Beim Kernreaktor kann nichts anderes sein, Plagamas und Neutronen. Im Weltraum ist es halt dieses gemischte Strahlenfeld aus geladenen Teilchen. Du kannst den Detektor vollkommen automatisch scannen, du kannst auch die Auswertung so weit es geht automatisieren. Am Ende muss immer der Wissenschaftler oder Techniker draufschauen und checken, ob alles wirklich so läuft. Also automatisch ja, man kann viel machen, aber nicht perfekt. Das heißt also, es gibt immer eine menschliche Kontrolle nochmal. Schauen wir mal zu eurem großen Projekt zum Mond, Artemis 1. Die Zahl sagte schon, die erste Mission des Artemis Programms, dass letztlich auch wieder Menschen auf den Mond bringen soll. Artemis 1 gestartet, wenn ich das richtig habe am 16. November 2022 und da sind von euch zwei Phantome mitgeflogen, die einen weiblichen Körperbau simulieren und eins dieser Phantome, also Helga und Zoa trug eine Schutzweste. Da habe ich natürlich einen ganzen Haufen Fragen mitgebracht. Frage 1, es sind erstmal dieses Mal grob weibliche Körper abgebildet und zwar zwei davon, ich kann mir denken, zwei wegen der Vergleichbarkeit, dass man es deswegen paarweise macht. Warum dieses Mal weiblich? Also A, wir haben immer mehr Astronautinnen, das Matroschka-Experiment auf der Raumstation war ein männliches Phantom, also A, haben wir gesagt, okay, es macht natürlich Sinn, mehr dem Strahlenschutz auch für Astronautinnen zuzuwenden, deshalb haben wir gesagt, okay, wir fliegen weibliche Phantome, dann noch zwei natürlich, wegen der Vergleichbarkeit, also wir haben quasi zwei baugleiche Phantome, Helga und Soha, Soha hatte dann noch zusätzlich diese Strahlenschutz-Weste und Mare war ja, ist ja, ist immer noch ein Joint-Experiment vom DLR mit der NASA, mit der Israel Space Agency und der Firma Stamrad, Stamrad ist eine Firma in Israel, die eigentlich vom Strahlenschutz auf der Erde kommt, ja, also die entwickeln Strahlenschutz-Westen für Firefighters, First Responders, aber auch für die interventionelle Radiologie auf der Erde und die haben eben eine Strahlenschutz-Weste für den Weltraum entwickelt, deswegen haben wir auch zwei Phantome, also Helga ist unter Anführungszeichen das deutsche Phantom und Soha ist das israelische Phantom mit der Strahlenschutz-Weste, die aus Israel kommt und somit fliegt man sozusagen das Vergleichsexperiment, also Helga fliegt quasi, Helga fliegt ungeschützt, was nicht stimmt, Helga ist ja im Orion-Raumschiff, aber Helga sitzt halt auf einem Sitz, einem Crew-Sitz und Soha sitzt daneben auf dem anderen Crew-Sitz mit der Strahlenschutz-Weste. Das war das Mare-Experiment, also quasi sehr kurz gesagt, zwei Phantome, eines mit Weste, eines ohne Weste in Orion während der Artemis-1-Mission. Und der Vorteil war bei Artemis-1 natürlich, es ist eine Uncrude-Mission gewesen, also Uncrude quasi Artemis oder das Orion-Raumschiff, das ja von Lockheed Martin für NASA gebaut wird, für die Explorations-Missionen, hat vier Crew-Sitze. Also bei Artemis-2 wird ja eine Crew von vier Personen nächstes Jahr zum Mond und wieder zurückfliegen. Das heißt, eigentlich war für Artemis-1 waren vier Empty-Seats unter Anführungszeichen. Stimmt da nicht ganz. Auf einem Seat war der Munikin Campus, das war ein Crash-Test-Dummy von der NASA, der auf einem wirklichen Sitz gesessen ist. Da ging es hauptsächlich darum zu sehen, okay, wie sind die Beschleunigungswerte auf diesem Dummy, der dann den Astronauten simuliert hat, während des Launches und vor allem dann während der Landung im Pazifik. Der war auf einem Crew-Sitz. Und wir hatten dann zwei weitere von diesen vier Crew-Sitzen. Also auf einem saß dann Helga, saß oder lag oder war festgeschraubt und auf dem zweiten daneben saß Soa. Das heißt, es war quasi keine Uncrew-Mission, es war nur eine Uncrew-Mission im Sinne von Non-Living-Crew. Wir hatten drei Personen an Bord dieser Mission. Also drei Phantome. Drei Phantome, ja. Der Begriff Matroschka, wo kommt der eigentlich her? Ja, Matroschka kommt natürlich aus dem Heritage von dem Matroschka-Experiment, das wir auf der Raumstation hatten. Damals auch in Kooperation mit dem Institut für Biomedizinische Probleme in Moskau. Man kennt ja diese Matroschkas, diese Puppen in den Puppen sozusagen. Und es hat ganz gut gepasst, weil natürlich, wenn ich die Scheiben des Phantoms aufmache, jede Scheibe hat wieder neue Detektoren drinnen. Und deswegen, Mare hat ja dann, der Name Mare heißt ja Matroschka für die Phantome. Astorat ist die Weste, also die Strahlenschutzweste und dann Radiation Experiment. Man braucht ja immer, also Acronyms sind das Um und Auf im Weltraum. Ja, die sind wichtig. Die sind wichtig. Jetzt, die Phantome hatten eben auch sehr viele passive Sensoren, weil sie was klein einfach brauchen, keinen Strom. Ihr seid unabhängig dann an der Stelle, das sehe ich als Vorteil absolut ein. Startverschiebungen, das habe ich jetzt auch schon wahrgenommen, das ist eine Sache, die sich im Prinzip durch die begleitenden Dosimeter rausrechnen können oder bei längeren Missionen irgendwann keine Rolle mehr spielt. Genau, das ist richtig. Wie sahen die Startvorbereitungen für euch aus? Ihr wart selber, glaube ich, mit den Phantomen drüben, oder? Ja, also, sagen wir mal so, es waren, Artemis 1 war, wir haben 2017 ungefähr begonnen mit den ganzen Experimentvorbereitungen, wenn man die Artemis History kennt, natürlich, die Launch, der Launch wurde immer wieder verschoben, weil es ging natürlich darum, A, mal das Orion Spacecraft fertig zu machen, B, das europäische Service Modul natürlich, ohne das europäische Service Modul würde Orion nicht fliegen können, und dann C ging es natürlich darum, das Space Launch System, also die Rakete, auf der alles sitzt, fertig zu bekommen, dann hatten wir natürlich die Covid Jahre, was es natürlich sehr schwer gemacht hat, vor allem, wenn man sagt, man muss Hardware entwickeln, man muss Hardware bauen, man muss Hardware testen, also im Prinzip kann man sagen, naja, fliegen sie halt zwei Phantome im Weltraum, aber die Phantome müssen ja auch in irgendeinem Sitz sitzen, die müssen in dem Sitz auch irgendwie festgemacht werden, die sollen ja nicht im Raumschiff herumfliegen, das heißt, wir mussten A, die Wissenschaft machen, das heißt, wir mussten die Phantome für uns konfektionieren, wir müssten die ganzen passiven Detektoren sozusagen dann einbauen, wir mussten aber auch die Sitze entwickeln, also die Crew Seats sozusagen, das ist, Kollegen hier natürlich von mir, haben die ganze Mechanik entwickelt, wie kann man das, wie kann man den da, wie kann man den Sitz bauen, ja, wie kann man den Fest machen, wie kann man die Phantome festmachen, dann hatten wir Vibrationstests am DLR in Bremen, es gab Requirements von der NASA, dass wenn gewisse Schrauben aus der Befestigung reißen, das Ganze trotzdem noch am Sitz hält, weil es uns der Ryan kaputt machen könnte, haben Kollegen von OHB in Bremen für uns, Strukturmodelle gerechnet für das Ganze, dann haben wir 16 aktive Strahlungsdetektoren mitgeflogen mit den Phantomen, die mussten auch entwickelt, gebaut, getestet werden, die Batterien qualifiziert, also all das ist die Arbeit, die eigentlich viel mehr Arbeit ist, bevor das Experiment mal überhaupt so weit ist, dass man sagt, okay, die NASA hat gesagt, es ist sicher, alle möglichen Safety Reviews, Acceptance Data Package submitted, etc., bis man mal so weit ist, dann ist alles da und dann muss man natürlich alles mal zur NASA verschiffen, also zum Kennedy Space Center in Florida, wir waren dann Ende Juli, Anfang August zu viert dort und dann wurde im Prinzip die gesamte Hardware zusammengebaut, also da waren, wir haben 400 Kilo Hardware rüber geschickt, haben dann die gesamten Phantome mit der gesamten Basisstruktur, mit allen aktiven Direktoren im Prinzip soweit zusammengebaut und dann wird das an die Crew, also an die Ground Handling, das Ground Handling Team übergeben und die bauen das dann in Orion ein, also wir durften das nicht natürlich, das wird dann natürlich nach bestimmten Prozeduren in Orion eingebaut, wir mussten die ganzen Batterien bei unseren aktiven Direktoren, das ist noch eine zusätzliche Geschichte anbringen, es war Anfang August und dann hätte der Start Ende August stattfinden sollen, kam nicht dazu, also Startverzögerung, Anfang September kam es auch nicht dazu, Ende September kam es nicht dazu, im Oktober kam es nicht dazu und dann ist es am 16. November ist es dann, ist Orion oder Artemis 1 dann gestartet, sehr impressive, muss man auch wirklich sagen, Missionsdauer war dann so knapp 26 Tage, 25,5 Tage, am 12. Dezember sind wir im Pazifik gelandet und dann musste natürlich Orion vom Pazifik ans Land, musste zurückgebracht werden zum Kennedy Space Center in Florida und dann waren wir letztes Jahr im Januar dann nochmal dort, haben quasi die Hardware wieder in Empfang genommen, haben die Daten der aktiven Geräte, also die mit Batterie betrieben sind, haben gehofft, dass das alles funktioniert hat, Daten auslesen und dann alles wieder zusammengepackt, dann muss die ganze Logistik wieder angeworfen werden mit Zoll, Versendung etc. Donut X-Ray Donut X-Ray ja und dann so im März letzten Jahres war dann alle Hardware wieder bei uns hier am DLR und dann begann langsam die ganze Auswertung dieser passiven Detektoren. Hat denn alles erstmal so weit geklappt? Ja, also in dem Sinne kann man sagen Mission fully accomplished. Also wir haben, man muss auch immer, das ist natürlich immer, jeder will immer sofort wissen, was ist rausgekommen. Also wie sind die Resultate, wie viel Dosis haben die in den Strahlungsgürteln abbekommen ja und wie war es im freien Weltraum und wie ist das Vergleich zur Raumstation und natürlich sobald ich ein aktives Messgerät habe, ein batteriebetriebenes Messgerät, das dann auch funktioniert haben muss, sobald ich das quasi, sobald der Kollege das über USB ansteckt und sagt Download Data, sobald die Daten da sind, können wir eigentlich sagen, also A, wir können sagen, die Daten sind einmal gerettet, das ist einmal das Wichtigste, also alle Daten auslesen, alle Daten einmal sichern, dass man sagt, man hat den Datensatz, den man braucht für weitere Auswertungen. Aber im Prinzip kann man sofort sagen, natürlich, wir sehen sofort, wie schaut es aus. Aber wir sind ja Wissenschaftler, wir wollen die Daten ja auch publizieren und auch so publizieren, dass wirklich all das nur weil die Daten da sind, heißt das noch nicht, dass alle wirklich ausgewertet sind. Wie gesagt, von den aktiven Messgeräten hatten wir 16 Stück von uns, vom DLR, wir hatten aber noch 18 aktive Messgeräte von der NASA, die auch auf Helga und Soa verbaut waren. Wir hatten noch fünf Messgeräte, die wir als DLR für die ESA gebaut haben und wir hatten noch Strahlungsmessgeräte, die die NASA sowieso in Orion eingebaut hat. Also Artemis 1 war, man kann so sagen, der perfekte Weihnachtsbaum, weil wir hatten so viele Strahlungsmessgeräte, dass es wirklich einen super guten Datensatz einfach widerspiegelt für alle kommenden Artemis Missionen. Aber im Prinzip hat alles funktioniert, alle 16 Messgeräte, die aktiven haben funktioniert, was zu erwarten war, aber was natürlich komplex ist, wenn sie, wenn du aktive Messgeräte, so wie hier, hier werden die zwei Batterien eingestöpselt, also die sehen wir nicht hier, aber das sind die Batterien Konnektoren, wir hatten ja von der NASA, wir durften zwar mitfliegen, aber wir hatten keine Daten und Power Interface zu Orion, das heißt, alle aktiven Messgeräte mussten mit Batterie betrieben werden. Ich beschreibe eben, was ich sehe, eine flache, ja, ungefähr wie eine kleine Fernbedienung, würde ich das mal sagen. Ja, es schaut nicht sehr spektakulär aus. Magnesium oder Aluminium und ja, kleine Steckverbinder für die Akkus und ich denke ein USB-Anschluss, ein Mikro-USB für die Daten. Ja, es ist eines von den 16 geflogenen M42-Messgeräten, die wir im DLR entwickelt haben. Es schaut auch deswegen nicht so spannend aus, weil es ist zwar ein aktives Messgerät, aber es hat jetzt kein Display oder sowas, ist ja auch keine Crew an Bord, die da was drauf lesen konnte. Also wir haben zwei Konnektoren hier, wir können hier zwei Batterien anschließen, hier ist dann zum Daten auslesen. Wir hatten die Batterien natürlich Anfang August angeschlossen und dann sind wir am 16 November gestartet und dann noch 26 Tage geflogen. Also so lange hält keine Batterie aus, also im Sinne. Funktioniert dann so, dass die, wenn die Batterien angeschlossen werden, ist das ganze System im Schlafmodus und braucht fast überhaupt keinen Strom und erst wenn die Rakete startet und ein Beschleunigungssensor, den wir hier eingebaut haben, die Beschleunigung misst, wird das Gerät scharf gestellt und beginnt die Messung. Muss aber 16 Mal funktionieren. Also wir haben das natürlich vorher getestet, wir haben das gemeinsam mit Kollegen von der Abteilung Kavitationsbiologie hier vom Institut auf den DLR Muffeys Forschungsraketen mal geflogen, einfach mal um zu testen, dass dieser Beschleunigungssensor funktioniert. Man kann natürlich auch sich hinstellen und sehr schnell rotieren, aber es ist immer besser, man fliegt auf einer wirklichen Rakete mal zum Test. Aber natürlich haben wir nie getestet, vier Monate Schlafmodus plus dann, wir haben zwei, drei Wochen, also es musste 16 Mal funktionieren, hat 16 Mal funktioniert. Das muss auch ein schön gewähltes Fenster sein, dass also wenn also zum Beispiel irgendwie beim Transport zur Rakete, zum Einbau der Phantome oder so, da ein Stoß drauf geht, der eben dann auch nicht auslöst. Ja, man muss halt den Besteuerungssensor so konfigurieren, dass genau eben diese Probleme nicht auftreten. Also sei es jetzt beim Transport hin, da muss man auch sagen, das Ganze wird eingebaut und dann fahrt ja sozusagen die SLS mit dem Launchpad vom Vehicle Assembly Building zum Startplatz, da sind ja auch Erschütterungen, dann ist es ja wieder zurückgefahren und dann ist er nochmal zum Startplatz gefahren. Also wir haben das schon so gut eingestellt, dass es nicht vorher gestartet ist. Das war auch so eine Frage, aber das geht, man kann dem System das schon programmieren. Ich habe vor, ja wie lange ist denn das, das hört schon her, zwei Monate oder so, dass ich einen Vortrag von dir hörte und bei diesem Vortrag war so zu den Daten, zu den Ergebnissen konnte man noch nicht so viel sagen. Ist es inzwischen ein bisschen weiter? Könnt ihr was erzählen? Frag mich in zwei Monaten. In zwei Monaten? Ja. Gut, wenn ich dann nochmal darf. Dann kann ich auf jeden Fall was erzählen. Okay. Ich frage aber mal ganz allgemein, gab es denn Überraschungen? Naja, also sagen wir mal so, wir haben jetzt, wir haben schon sehr lange Daten von der Raumstation, wir wissen ungefähr wie hoch die Strahlenbelastung oder Strahlenexportion auf der Raumstation ist im Vergleich zur Erde. Also Erde ist ja, wir haben die natürliche Strahlungsumgebung durch die reaktiven Elemente in der Erde, wir haben zusätzlich ein bisschen was von der kosmischen Strahlung, das hängt davon ab, wo wir sind. Also wenn du in Tibet wohnst, hast du mehr kosmische Strahlung als hier quasi am Erdboden, also am Erdboden auf Seehöhe. Das summiert sich auf, wenn wir das zusammenrechnen, wenn man das dann vergleicht mit der Raumstation, Faktor 250 mehr auf der Raumstation. Wir wissen auch, wie viel es ist, wenn wir zum Mars fliegen, weil wir zum Beispiel ein Strahlungsmessgerät, wo wir auch Co-Investigatoren sind, auf dem Curiosity Rover haben. Also Curiosity ist ja einer der längst gediensten Rover auf dem Mars, also seit August 2012 fährt er herum und fährt immer noch herum und misst seit 2012 auch die Strahlung auf der Oberfläche des Marses. Und wir haben mit Curiosity auch schon auf dem Flug zum Mars gemessen. Das heißt, der Detektor wurde eingeschaltet, der hat dann ungefähr einen Faktor 3 bis 4 mehr gemessen als auf der Raumstation. Also wir hatten diesen Faktor 250 bis 300 auf der Raumstation, Faktor 700 bis 800 mehr im freien Weltraum. Curiosity, das war aber der freie Weltraum. Das heißt quasi, das waren Nichtmessungen innerhalb eines Raumschiffes, das auch schon nach strahlentechnischen Requirements gebaut wurde. Also Orion hatte schon gewisse Vorgaben, was den Strahlenschutz anbelangt, was Apollo noch gar nicht hatte. Also Apollo war viel weniger von der Abschimmung her ganz anders als Orion, aber damals ging es ja auf den Flug zum Mond. Also das sind so Ballparks Nummern, wie man sich das ungefähr vorstellen kann. Also der Faktor von 250 bis 700 bis 800 im freien Weltraum ist eben deswegen, weil uns auf der Erde oder auf der Raumstation immer noch das Magnetfeld der Erde schützt. Wenn du im freien Weltraum bist, ist das nicht der Fall. Das heißt, was haben wir oder was war zu erwarten auf der Artemis-Mission? Das ist jetzt reine Physik, da erzähle ich jetzt nichts, warum wer sagt nur. Also Artemis oder Orion musste mal durch die Strahlungsgürtel der Erde fliegen. Also das kann man halt nicht vermeiden, man muss halt irgendwie durch, wenn man zum Mond will. Also man muss durch den inneren Strahlungsgürtel, durch den Protonengürtel, man muss durch den äußeren Strahlungsgürtel. Dann ist man im freien Weltraum, dann fliegt man mal im freien Weltraum, dann hatte Artemis oder Orion hatte bei Artemis 1 zwei Moon Flybys, also im Prinzip, wenn du sagst, du bist im freien Weltraum, kommt die galaktisch-kosmische Strahlung aus 4 Pi, sage ich immer, also von überall. Wenn du dich auf der Oberfläche des Mondes jetzt befindest, dann kommt sie natürlich nur mehr aus 2 Pi, weil 2 Pi, also wenn man sagt, der Mond ist flach und du stehst flach auf der Oberfläche, 2 Pi durch den Mond abgeschirmt wird. Das heißt, wenn ich sagen würde, ich würde im Weltraum eins messen, im freien Weltraum, messe ich am Mond ein Halb. Stimmt nicht ganz, weil natürlich der Mond einen Regolithboden hat, die Strahlung trifft auf den Boden auf und wechselwirkt. Das heißt, ich habe natürlich noch einen zusätzlichen Albedo-Anteil, also man sagt, Albedo ist das, was rückgestreut wird. Aber Rudolf Samp, also sobald du quasi irgendwas hast, wo du eine Fläche hast, was ziemlich groß ist, schirmst du mal 2 Pi ab. Auf dem Mars ist es ähnlich, Mars hat aber noch zusätzlich eine Atmosphäre, auch wenn man das immer vergisst, aber die Atmosphäre, Kohlendioxid Atmosphäre, die Atmosphäre am Mars entspricht ungefähr der Abschirmung der Raumstation. Also das ist jetzt, das heißt, das, was wir auf dem Mars messen, ist sehr ähnlich zu dem, was wir auf der Raumstation messen, weil wir diese Atmosphäre haben. Also schon deutlich spürbar. Deutlich spürbar, also da kann man, das ist schon ein bisschen anders. Also Erde, Raumstation, Mond, Mars ist unterschiedlich, weil wir in unterschiedlichen Gegebenheiten sind. Internationale Raumstation fliegt halt rauf runter, Variation vom Erdmagnetfeld, freier Weltraum, kein Erdmagnetfeld mehr, nur galaktisch-kosmische Strahlung und dann bist du natürlich im freien Welt und man auch viel mehr den solaren Teilchenereignissen ausgesetzt, was du auf der ISS nicht so bist. Mond, dann halbieren wir das Ganze ungefähr und Mars dann so ähnlich wie auf der Raumstation. Bei Artemis aus den Ergebnissen, ich soll jetzt beim Mondantum mal fragen, gab es schon irgendwas von dem, du sagen kannst, das hat euch das Wich ab, ihr habt ein unerwartetes Ergebnis bekommen oder ist das eine Frage, von der ich sage, die müssen wir auch in zwei Monaten stellen? Fragen wir in zwei Monaten nochmal. Ich sage das aber jedem, also es ist immer, einerseits will natürlich der Wissenschaftler mir sagen, dass sie es rauskommen, andererseits natürlich sagen wir immer, okay, wir geben nichts raus, was wir nicht gut evaluiert haben. Wenn du dir die passiven Detektoren zum Beispiel anschaust, das sind 12.000 passive Detektoren drinnen, hunderte von diesen Kernspurfolien, fünf oder sechs Universitäten, die noch mitgearbeitet haben, die ihre Detektoren schicken, nur weil wir die passiven jetzt quasi, weil wir die Punktdosis mal gemessen haben, heißt das noch nicht, dass wir wissen, wie groß die Organdosis ist, da arbeiten jetzt Kollegen dran, dass sie aus dieser Punktdosis Verteilung eine diskrete Verteilung machen, wir haben einen CT-Scan, wir haben ein Biomodell von dem Phantom, also das dauert einfach, bis man dann sagen kann, das ist alles okay, alle Daten stimmen überein, quasi. Bei den Phantomen hattest du schon gesagt, dass die eigentlich aus der Krebsforschung kommen, ich hatte aber auch so verstanden, in und out, das heißt an die irdische Forschung fließen auch Resultate von euch zurück? Naja, es ist immer so, wenn ich jetzt quasi Messgeräte baue, Strahlungsmessgeräte baue, die ich jetzt sagen wir im Weltraum einsetzen kann für die Strahlungsmessung, kann man die auch umgekehrt sagen, okay, wir können die auch zum Beispiel, wenn wir Forschung für die Krebstherapie machen, könnten wir ähnliche Strahlungstetektoren verwenden. Nur, weil wir jetzt hier was gebaut haben, also unser M42, heißt das auch nicht, dass wir mit der Entwicklung aufgehört haben, also es gibt jetzt schon, seitdem wir dieses System entwickelt haben, haben wir schon zwei Follow-up Systeme, wo Kollegen Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, jetzt auch in einer Doktorarbeit arbeiten, wo wir sagen, okay, es ist immer, man geht immer davon aus, dass man das weiterentwickelt, auch mit dem Hinblick, dass wir es möglicherweise für Forschungszentren auf der Erde anwenden können, auch für Messungen in Flugzeugen zum Beispiel, da haben wir auch eine erhöhte Strahlenexposition, die Phantome werden wir sicher auch wieder verwenden, also wir hatten früher schon mit dem zum Beispiel ein Spin-Off, ist ganz witzig, also witzig, wir haben ja mit den Kollegen von Stamrad, die die Strahlenschutzweste gebaut haben, die arbeiten auch an Bleiwesten für interventionelle Radiologie, also interventionelle Radiologen haben immer die Bleiwesten an, die haben Brillen auf, weil die ja sozusagen während der Bestrahlung am Menschen Untersuchungen durchführen müssen, Operationen durchführen müssen. Diese Bleiwesten sind ziemlich schwer, also wenn du so als interventioneller Radiologe diese Bleiwesten über Stunden tragen musst, das ist ziemlich heftig. Kollegen von Stamrad haben jetzt quasi ein Exoskelett entwickelt, wo der Radiologe sozusagen ein Exoskelett trägt, auf dem die Weste hängt. Das heißt, dass die das Gewicht der Weste über das Exoskelett abgefedert wird, mit einem zusätzlichen neuen Bleivisor und da haben wir zwei von unseren Phantomen nach Florida geschickt, um quasi Vergleichsmessungen zu machen, Vergleich von diesem neuen Exoskelett mit der neuen Weste zu alten Westen, wie sie der zu dem Krankenhaus zur Anwendung kommen. Das wäre jetzt quasi ein Spin-in, Spin-off, je nachdem, wie man es immer nennt, also vom Weltraum in die Erdanwendung hinein. Dieses Exoskelett bedeutet, dass man im Prinzip eine motorisierte Unterstützung hat? ich würde nicht sagen motorisiert, aber mechanisch so, dass du diese Bleiweste, dieses Gewicht einfach nicht spürst, weil das Gewicht über das Skelett sozusagen abgefedert wird. Gestützt. Ganz am Anfang haben wir schon mal das Stichwort Astrobotik gesagt, was macht ihr noch an Projekten? Ganze Menge. Also wir machen ganz viel natürlich jetzt, was ich immer ganz gerne habe, unser Dosis 3D, also wir machen weiter diese Messungen im Kolumbus-Labor auf der Raumstation, da entwickeln wir auch, da machen wir die passiven Direktoren, da haben wir das aktive Messgerät gemeinsam entwickelt mit der Christian Albrechts Universität in Kiel, da arbeiten wir an einem Follow-up Experiment dahingehend, wir haben gerade eines unserer M42 Instrumente, das wir für Mare entwickelt haben, gemeinsam mit der TU München, fliegen wir das gerade auf der Raumstation, wir sind Co-Investigatoren bei dem Experiment bei MSL RAD auf dem Curiosity Rover, auf dem Mars, aber auch bei der Chang'e 4 Mission, die ja die chinesische Mission war, auf der Rückseite des Mondes gelandet, da ist auch ein Strahlungsdetektor drinnen, der von den Kollegen in Kiel entwickelt wurde und im Januar haben wir versucht mit Astropotik, mit der Astropotik-Mission zum Mond zu fliegen, mit einem unserer M42 Instrumente, das war ja die erste Private-Public-Partnership-Mission der NASA, wo die NASA quasi gesagt hat, Firmen, baut es einen Moon-Lander, wir stellen die Payloads zur Verfügung, wir bringen da Payloads an und da konnten wir mit unserem M42 nicht mit Batterien, sondern mit wirklichem Daten- und Power-Connector, mit Onboard-Computer, wir hatten am DLR am Musk unser Kontrollzentrum, wo wir quasi mit Astropotik in Pittsburgh verbunden waren und der Plan war, mit dem Messgerät zum Mond zu fliegen, auf dem Flug zum Mond zu messen und dann auf der Oberfläche des Mondes. Es gab leider eine Fehlfunktion, ein Ventil hat nicht so richtig geschlossen und dann war der Oxygen-Tank zerstört, also nicht zerstört, aber sie konnten dann doch die Mission so weit fliegen, dass sie bis zu 400.000 Kilometer entfernt von der Erde waren, wieder zurückgekommen sind, sie hätten es glaube ich nochmal zum Mond geschafft, aber die Landung hätte dann nicht geschafft und es ist dann glaube ich in Kooperation mit der NASA entschieden worden, dass der Lander, der dann in Spacecraft wurde, in der Erdatmosphäre verglüht, aber immerhin konnte man von 8. bis 18. Januar Strahlung im freien Weltraum messen, konnten die Hardware kommandieren, also Experiment kommandieren und es ist immer ganz schön, also für Wissenschaftler ist es natürlich schön, wenn man Daten bekommt, aber für die Wissenschaftler ist es natürlich auch schön, wenn man sieht, man hat was gemeinsam mit den ganzen Kollegen gebaut, ich bin ja nur der, der dann die Fragen beantwortet, aber das sind ja alles die Kollegen, die da mitgearbeitet haben und die sehr viel Herzblut reingesteckt haben, ist dann schön, wenn man dann da steht und man schickt ein Kommando los und das Kommando fliegt irgendwo in den Weltraum und fünf Sekunden später kommen die Messdaten zurück. Also ich glaube, da würde bei jedem das Herz höher schlagen, sage ich mal. Gibt es denn Pläne, so etwas wie die Astrobotting Mission zu wiederholen oder etwas ähnliches woran ihr arbeitet? Ja, also wir versuchen natürlich wenn du mich vor 15 Jahren gefragt hättest, war alles viel komplexer, weil es gab nur die internationale Raumstation, es gab eigentlich, hat sich viel geändert, es gibt diese ganzen Private Player Now, SpaceX, es gibt ganz viele Firmen, die an Zugang zum Weltraum arbeiten, die Raketen entwickeln, wo man natürlich auch Strahlung messen kann, also wir haben da einige Sachen, wo wir planen für so Erstmissionen, kann ich nicht so viel sagen, dazu, Strahlungstetektoren zur Verfügung zu stellen, es wird auch sicher irgendeine Follow-up Mission von Astrobotik geben, aber das ist alles noch in der Planung quasi. Dann wünsche ich für das, was da kommen soll und für die Ergebnisse, für die Auswertung noch viel Erfolg. Ich möchte noch eins sagen, weil das ist mir ganz wichtig, also A, ich bin ja nur der, der die Fragen beantwortet, sind alle Mitarbeiter hier von meiner Arbeitsgruppe, großen Dank an alle, dann natürlich alle die Universitäten, Universitären Partner, Space Agencies, die hier mitarbeiten, alle Kollegen hier am DLR, am DLR Muska, in Katmos, in Toulouse, etc., etc., es ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass Weltraumforschung, egal was es ist, ob es Strahlung ist, ob es die Mikrogravitation ist, etc., dass es eigentlich nur in internationaler Kooperation wirklich gut funktioniert und friedlich funktioniert und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig und ich hoffe, dass das auch in der Zukunft so bleibt. Da trage ich auch ganz fest die Daumen. Vielen Dank für die ganze Zeit, super spannend, vielen Dank dafür. Gerne. Vielen Dank an Dr. Thomas Berger für das Gespräch. Mittlerweile sind auch die ersten Ergebnisse des MARE-Experiments veröffentlicht worden, dazu wird noch eine weitere Episode erscheinen, aber man hat unter anderem festgestellt, dass die Strahlenbelastung innerhalb der Orion-Raumkapsel um den Faktor 4 variieren kann, je nachdem, wo innerhalb der Kapsel man sich aufhält. Das erlaubt, eine Besatzung im stärker abgeschirmten Teil Zuflucht zu suchen, sollte das Raumschiff von einem großen solaren Teilchenereignis betroffen sein. In diesem Bereich ist die Abschirmung stark genug, um die Besatzung vor der Strahlung zu schützen. Zusätzlich spielt auch noch die Ausrichtung des Raumschiffs eine Rolle, man kann also die Lage des Raumschiffs ändern und damit die Bedingungen noch weiter verbessern. Aber wie gesagt, zu den Ergebnissen soll noch eine weitere Episode kommen. Die Ergebnisse wurden bei Nature veröffentlicht und können im Netz nachgelesen werden. Ich habe das und viele Informationen mehr zu dieser Episode verlinkt. Zu finden ist all das in den Shownotes im Podcatcher oder unter aufdistanz.de auf der Seite zu dieser Episode. Auf Distanz ganz nah Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte euch Lars Narber. Auf Distanz ganz nah, das ist ganz am Ende. Immer die Rubrik über den Podcast selber. Die letzte Episode ist nun etwas her. Nach der Zahl der Episoden im Frühjahr und Sommer musste ich mich zwischendurch um andere Themen kümmern, war aber trotzdem auch noch einige Male für den Podcast unterwegs. Und auch organisatorisch ist viel passiert. Dazu gleich mehr. Am 7. September 2024 gab es in Köln das HörerInnen-Treffen zur Feier der Episode 100 dieses Podcast. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Dafür vielen Dank, dass ihr alle da wart. Und einen extra Dank möchte ich noch an Georg richten. Georg, du weißt wofür. Vielen, vielen Dank. Vielleicht gibt es 2025 noch ein Treffen. Das wäre dann aber vielleicht im Ruhrgebiet. Nun zu den Neuigkeiten. Und die sind für mich tatsächlich sehr, sehr spannend. Beim HörerInnen-Treffen in Köln wurde ich gefragt, was denn noch Ziele wären, über die ich gerne berichten würde. Da gibt es eine ganze Reihe. Ich nannte dann auch mehrere, darunter die nördlichste Stadt in Schweden, Kiruna. Hier gibt es in der Nähe die S-Range, kurz für European Space and Sounding Rocket Range. Auf diesem Gelände werden Ballons, Höhenforschungsraketen und auch Raketen in den Orbit gestartet. In der Nähe gibt es eine Erdfunkstelle des S-Track, also des Funkboden- Stationsnetzwerks der ESA. Seitdem ich vor langer Zeit von der S-Range gehört habe, wollte ich sie besuchen. Und als ich beim HörerInnen-Treffen davon erzählte, wusste ich nicht, wie schnell dieser Wunsch in Erfüllung gehen könnte. Dieses Jahr zeichnete ich Interviews beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen auf. Diese Episoden erscheinen nun bald nach und nach und eines der Interviews führte letztlich dazu, dass ich nach Schweden reisen werde. In diesem Interview geht es um die Moraba, der mobilen Raketenbasis. Das ist eine Abteilung des DLR Raumflugbetrieb und Astronautentraining. Ich begleite die Startkampagne der Höhenforschungsrakete Mafheus 15 in Schweden. Dazu soll es eine eigene Episodenreihe geben, ungefähr drei bis vier Episoden lang. Mafheus steht kurz für Materialphysikalische Experimente unter Schwerelosigkeit und zufällig wurde der Name dieser Rakete in dieser Episode auch schon genannt. Man erprobte beim früheren Start die Aktivierung der aktiven Sensoren für das Mare-Experiment für den Start von Artemis 1. Nun steht also die Reise nach Schweden an. Bei dieser Reise plane ich auch noch weitere Raumfahrteinrichtungen zu besuchen. Das ist im Moment in der Absprache und noch ziemlich unsicher. Diese Reise war jetzt so nicht geplant und nicht erwartet und die schlägt auch gerade ein ziemliches Loch in mein Budget für den Podcast. Deswegen bereite ich aktuell ähnlich für die Baikonur-Reise 2018 ein kleines Crowdfunding vor und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Projekt unterstützen würdet. Mehr dazu gibt es in der zweiten Monatshälfte des Oktober 2024. Aber auch ohne diese Reise haben mich wieder finanzielle Unterstützung von HörerInnen erreicht, oft verbunden mit Gratulationen zur Episode 100. Danke, danke für die netten Worte. Seit der letzten Episode gab es Unterstützung von Peter, Ralf-Jürgen, Andreas, Georg, Stefan, Ralf, Karl-Matthias, Sebastian, Martin, Günther, Norbert, Björn, Sven, Martin und Dennis. Vielen, vielen Dank euch allen. Das hilft mir sehr. Im September 2024 war ich ein weiteres Mal bei der Mondsimulationsanlage Luna in Köln. Hier ist man seit der ersten Episode zu dem Thema noch um einiges weitergekommen und ich hatte die Gelegenheit, die Halle selbst zu besuchen und auch zu betreten. Und ich kann nur sagen, die ist fantastisch. Und auch hier zeichnete ich wieder mehrere Interviews auf und es wird eine weitere Episode geben. Dafür fehlt noch ein letztes Interview, allerdings dieser Gesprächspartner ist immer sehr, sehr beschäftigt. Da heißt es noch etwas abwarten. Am 6. Oktober besuchte ich das ASTEC der ESA Nordweig. Hier gab es wieder den ESA Open Day und ich konnte eine ganze Reihe an Interviews aufnehmen. Ich sprach unter anderem mit drei Astronauten, davon zwei von der NASA. Diese drei Interviews, die werden noch nicht schnell erscheinen, die sind aber wichtig für eine Episode, die hoffentlich in etwa einem Jahr erscheinen soll. Diese Episode braucht sehr lange für die Vorbereitung. Trotzdem ist auch für den ESA Open Day genug Material zusammen, dass es da wieder eine eigene Episode gibt. Und nun beginnt eine sehr turbulente Phase. Mitte Oktober besuche ich den Internationalen Astronautischen Kongress IAC in Mailand. Dazu soll es natürlich auch wieder eine Episode geben. Dort möchte ich außerdem neue Kontakte knüpfen und mich mit Menschen austauschen. Das hilft mir für den Podcast immer sehr weiter. Dann gibt es hoffentlich eine kurze Verschnaufpause, in der dann hoffentlich ein oder zwei Podcast Episoden erscheinen und Anfang November geht es dann auf die erwähnte Reise zur S-Range nach Schweden. Danach wird es dann wahrscheinlich reisemäßig etwas ruhiger und es sollte dann nach und nach eine ganze Reihe von Episoden erscheinen. In der nächsten Episode geht es um die ESA Raumsonde Hera. Die wurde am 7. Oktober 2024 ins All gestartet. Ich war dafür kurzfristig beim ESOG in Darmstadt und habe von dort den Start verfolgt und konnte auch dort wieder ein paar Interviews aufzeichnen. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald. Musik 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 Musik